Hallo liebe Bücherfreunde! Unsere Bücherwichteln sorgen immer für neue Überraschungen, schenken uns viele Anregungen und sind immer für uns da, wenn wir auf der Suche nach einem neuen Abenteuer sind. Das wunderbare Abenteuer, was ich dort eines Tages mal entdeckt habe, ist das Lavendelzimmer. Ein Buch von Nina Georgi, ein Buch einer ganz besonderen Art. Ich sage es immer wieder, das Lesen ist der Atmen und Bücher ist der Sauerstoff. Mit diesem Buch Lavendelzimmer gehen sie auf eine Reise durch Frankreich. Sie gehen auf eine Reise in die Vergangenheit und finden dort die Gegenwart. Und beginnen eine Vision zu entwickeln, wie die Zukunft aussehen könnte. Mr. Padue, so heißt der Protagonist dieser wunderbaren Geschichte, ist ein Bücherverkäufer und betreibt eine Bücherapotheke. Ja, Apotheke. Er verkauft die Bücher wie Medikamente. Medikamente für alle Befindlichkeiten, die uns Menschen so oft belangen. Mr. Padue ist jedoch selbst sehr unglücklich. Mr. Padue hat sich für eine emotionale Einsamkeit entschieden und trotz der Vielfalt seiner Begegnungen im Leben, betreibt er eigentlich eine innere Stille. Bis er eines Tages mit seiner Vergangenheit auf eine ganz dubiose Art und Weise, die dennoch so einfach war, konfrontiert wurde und plötzlich in ihm etwas ansetzte, was ihm motivierte sich der Zeit der Vergangenheit zu stellen. Er verlässt sein Bucherschiff und geht auf die Reise in die Vergangenheit, eine Reise durch den Sommer, der sein Leben verändert. Er trifft dort in der Vergangenheit seiner Gedanken, nicht nur seine alte Liebe, er findet auch eine neue. Das Buch lehrt ja so wunderschön, wie gut es tut, etwas loszulassen, etwas abzuarbeiten und im gleichen Moment die Bereitschaft zu entwickeln, das Neue zu ergreifen. Ich finde, für die heutige Zeit und jeden, der einfach ein Stück der Reflexion in sich finden möchte, ist das eine wunderschöne Begegnung. Und in diesem Buch verwöhnt uns tatsächlich Nina George mit einer fantastischen Art, Wörter in ein Mosaik zu legen, was so eine große Vielfalt und Besonderheit in Farbe, Ton und Klang gibt, dass man es einfach, wenn man es beginnt, nicht aufhören kann zu lesen. Und die Bücherwichtel haben mir nochmal ins Ohr geflüstert, es gibt davon auch ein Hörbuch. Und ob ihr glaubt oder nicht, auch das habe ich mir zugelegt. Und wenn es mir manchmal sogar im Alltag, im Stress, während ich im Auto sitze, nach irgendwie einem Sandhäubchen ist, dann schalte ich das Buch ein und lasse es einfach auf mich wirken. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und freue mich, mal von euch anderen über eure Büchererlebnisse mal zu hören. Bücher sind Sauerstoff und die atmen wir ein.